heute habe ich nestle lion black and white ist eine limited edition gab es bei netto im angebot für 1 49 also jetzt ist sonntag also das angebot vorbei aber das war die letzte packung ich war natürlich so schnell und hab das erst samstag gekauft und die letzte packung weil es halt offen war haben sie die liegen lassen habe ich so ein verkäufer gefragt kann man was machen und der so ja und dann habe ich für 60 cent bekommen habe ich mich sehr gefreut ich habe natürlich geguckt dass da keiner mit absicht das aufgerissen hat die stimmt die lion white das waren die neueren black and white wo gab es denn das jetzt bei nestle vorher ich habe die ganze zeit schon überlegt aber ich kam nicht drauf gefüllte karamell war für karamell und das ist das kakao halt da 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 okay Ah, die Kamera wusste schon, dass ich gerade anfangen wollte. Ich habe die Kamera auf, die Kamera wusste, dass ich die Kamera wusste. Schmeckt sehr geil. Es ist richtig, richtig, richtig kakaoig. Kakaoig. Schmeckt komplett anders als der normale Lein. Die sind gut. Könnte man fast schon in Richtung Kaffee denken. Die sind richtig lecker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die normalen Lein, White, fand ich jetzt nicht so gut. Weil halt irgendwie fehlte da dieses Karamell-Lein-artige. Und so halt ein bisschen lasch. Aber hier ist richtig viel Kakao-Geschmack drin. Das ist viel, viel, viel geiler. 60 Cent. Sehr gut. Man spricht nicht mit vollem Mund. Auch wenn das in den Kommentaren einige behaupten. Idioten. Gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.